so da sind wir zurück ich habe so ein kleines dilemma gehabt hier ich musste leider hier noch mal neu laden habe eigentlich eine interessante sache erlebt aber davon wollte ich jetzt einfach nicht spoilern bin ich denke mal dass das werde ich vielleicht noch mal erleben leider hat das ja nicht so hingehauen dass ich dann gespeichern konnte und ja deswegen musste ich einfach hier noch mal neu laden also von daher nimmt mir jetzt nicht übel hier ist noch mal eine runde gespielt so und ich hoffe jetzt mal ich habe keine karte ich habe kein kompass muss man jetzt so ein lager bauen hier irgendwie ich habe mir jetzt vorgestellt folgendermaßen dass ich mir mal hier was baue vielleicht hier vielleicht brauche ich mir hier was so und zwar feuer unterkünfte provisorisches lager ok da brauche ich für 26 blätter 14 stöcke das durch mir mal hierhin auch da kann ich das noch drehen so stöcke habe ich das reicht aber noch nicht hier habe ich noch nicht gut brauche ich noch mehr es wird ja wohl zu schaffen sein hier aber ich darf jetzt auch nicht so viel krach machen hier das schlimmer ach bären gut die lasse ich mal wissen heile habe ich was gegessen so habe ich pflanzen noch mal schön ein paar stöcke sehr gut das schlimme ist wenn mich einer sieht ich sehe überhaupt nichts bin wie ein blinder fisch so jetzt muss ich noch einen stock haben den platz hier gut jetzt brauche ich noch blätter 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 die bären nicht die sollen nachwachsen ich mache mir doch meine blätter da nicht weg hier die pflanze so denn ne hab ich doch genug komm gas mal gucken was jetzt passiert hier immer aufpassen dass mich da keiner kriegt so schön jetzt brauche ich mir meinen ersten unterstand ne reicht noch nicht sieht ja klasse aus wow es fehlt mir nur ein stock oder was das gibt es hier nicht gut dann will ich ja wohl schaffen hier ein sonnenhot habe ich gesammelt hier kommt die essig noch die essig noch die essig noch nein 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 die essig auch noch stöcker brauche ich hallo da ist noch einer gut so ab zum lager habe ich meine erste bude vielleicht kann ich dann ja auch sprechen um die sonne geht unter die sonne geht unter heute nacht habe ich eine bude ach da kann ich speichern und da kann ich schlafen sehr gut sehr gut natürlich ist das nicht so toll hier wird die leute natürlich hier nachts kommt guck mal ich schlafe mal einfach erst mal speicher ich mal so könnte ich überschreiben das mache ich doch auch natürlich natürlich mhm so da ist die zeit oder was da da ist die zeit okay nein leider nicht zurück ach so so nee also hier kann ich jetzt nicht schlafen doch 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 eher eins ach so das ist die farbe von mir der dreieck ach vier eck mein gott so ach das reicht nur für eine nacht dagegen ach du großer gott dann auch noch oh man ich hab durst okay okay gut dann mache ich das jetzt vollenermaßen dann schwimme ich einfach nachher immer noch zum boot schlaf da nächste nacht muss nur zusehen dass das nicht zu spät wird wenn wir was essen hier die ganzen ok da reicht ja vorne hinten nicht gott bin ich mal ein bisschen hungrig wieder also bin ich jetzt nicht mehr so hungrig gut gut muss ich einfach zum flugzeug nochmal laufen hier aber ob ich das finde ich habe mir hervor dass ich die axt hier habe unterschiedlich aber ich habe mich nicht auf der ich habe mit zu es kann aber ich habe mich auf den ich meine ich mich ich ich brauche ich das ich weiß von moment meiner die orientierung ist ja jetzt total grausam maria das schiff ist da ok das schiff ist da ok ich mal einfach mal erstmal hier ist ein bisschen orientiere so ein bisschen orientiere da ist es da ist das flugzeug da ist das flugzeug sehr schön das habe ich hier mir jetzt ziehen ja ne das war das leer das ist leer heißen ich glaube die sind giftig oder irgendwas oder wie sieht es aus ich gucke mir mal eben einmal die so mal eben einmal meine statistiken gucke ich mir mal eben an gesundheit 94 alles klar momentaner zustand gut sieht ja gut aus ich laufe ja noch gesund hier durch die gegend so jetzt brauche ich nur noch die karte und den kompass oh gott da sind sie komm lauf da hinten war da hinten ist er wir sind ja nicht alleine wir sind ja immer ein zwei leutkisten glaube ich nicht gesehen da ist er da ist er da ist er da ist er so spiel die 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 Puh. Nee, ich bin einfach nicht mutig, muss einmal ins Wasser hier. Da komm ich dann nicht mal hoch, oder was? Nee. Da ist ein Seestern. Also ich freue mich hier, dass ich da auf der Insel gestrandet bin mit den Eingeborenen. Das Flugzeug habe ich also, das ist schon mal gut. Also ich sollte jetzt erstmal eine kleine Bude machen, irgendwie was Gescheites. Ah, da weiß ich jetzt die Uhrzeit nicht. So, Unterkünfte, was gibt es denn da? Ja, provisorisches Lager, Blockhütte, 82 Holz, kleine Blockhütte, 13 Holz. Okay, die versuche ich mal zu bauen. Diese kleine Hütte baue ich. Die versuche ich zu bauen. So, aber ich brauche 13 Stämme. Also das heißt, könnte ich jetzt hier was abholzen, oder was? Wo mache ich denn mal weg hier? Oh Gott, die ganze Insel hört mich. Oh Gott, er fällt, er fällt, er fällt. Oh Gott, das ist mein erster Baum. Na, wollen wir mal gucken. Das dauert ja noch ein bisschen hier, bis ich das erstmal hier bearbeitet habe. Was ist denn der Rest? Hier. Na ja, es wäre eigentlich logisch, wenn ich jetzt nicht hier die ganzen Bombe von meiner Hausseer weg mache. Das wäre ja eigentlich der Vorteil, dass ich so ein bisschen geschützt bin. Aber es macht einfach Spaß, so ein Survival Game. Die Insel wäre klasse. Ohne Eingeborene. So, das gucke ich mal noch. Gibt es hier noch Holz, oder war es das? Nur drei Stück hatte der nur? Meine Güte. Hier kann ich die blauen, kann ich noch essen. Und die roten sind giftig, glaube ich. Da ist noch einer. Los. Vielleicht sollte ich da vorne einen Baumstamm nochmal plätten. Mal gucken, nicht, dass hier nur einer rumrennt. Wer von denen. Okay! Okay! Er fällt! Er fällt! Sehr schön! Sehr gut! Mich würde aber nicht wundern, wenn ich gleich nach Hause komme und da ist ein Allengeborener drinne in meiner Bude. Ne, lass mal diese doch ein bisschen wegmachen hier. Sehr gut. Was mache ich da? Okay. So, langsam kommt die Bude. Aber da müsste er noch ein Baumstamm liegen. Da, da sind wir runtergerollt. Super. Ist ja herrlich. Komm. Eins. Was ist denn jetzt? Komm weiter 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 hier mal oben. Okay. Okay. Oh, was ist das? Ist das ein Toter oder was? Ach, das waren die Segler. Das waren die Segler waren das. Nein, das werde ich nicht kaputt machen. So, da ist auch noch ein Baumstamm. Ja. So langsam wird was. Damit sicher etwas aus dem Hai ausschneiden, oder? Guck mal, ob ich ein Feuerchen machen kann. Dann habe ich ein Pott. Vielleicht kann ich da ein bisschen Fleisch rein tun. So, also die ist ja nicht mehr lange hier. Komm, nun mach ich den noch platt hier. Na komm, schön. Ich bin ja froh, dass er da unterfällt. Also ich bin schon gespannt, ob das eine Random Karte ist, oder ob das eine feste Karte ist. So, drei Stück muss ich noch sammeln. Okay, noch zwei. Ja, ich muss was zu essen haben, ich weiß. Ich muss auf jeden Fall die Ohren immer schön spitzen hier. Da liegt er noch. Oh, ist jetzt schon dunkler. Das wird was. Komm. Gut, den einen. Wird das dunkler? Scheint aber so. Jetzt bin ich gespannt. Ja, die Sonne geht unter. Sehe ich doch. Und mit der Bude jetzt ist er. So. Jetzt habe ich die Blockhütte, oder was? Das fähre ich doch jetzt erst mal. Das fähre ich doch jetzt erst mal, oder? Ja. Sehr schön. Ja. Und wir schlafen in meiner neuen Hütte. Ja, toll, jetzt habe ich noch Hunger. Und nehme ich meinen letzten Snack. Gut. Gott. Das hält mich nur von Pflanzen hier. Scheiße. Ah, ich hab Durst. Na, ich trinke noch Wasser. Gut, jetzt hab ich getrunken alles gemacht. Kann ich denn nicht weiter schlafen hier? Das gibt's doch nicht. Ich kann nicht schlafen, oder was? Komm, ich schwimme nochmal zum Boot hin. Das gibt's ja nicht, ey. Ne, so ein bisschen Frost hab ich ja doch jetzt hier. Ne, ich kann aber nicht schlafen. Das geht irgendwie nicht. Das muss irgendwo was. Die Hälfte der Nacht. Du hast Hunger, Mino. Ich hab immer Kohldampf. Was gibt's doch nicht, ey. Ne, das funktioniert nicht. Habe ich Alkohol? Okay. Okay. Okay, was nächstes noch? Okay. 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 So, mein Gott, wie kann ich denn schlafen hier? Oder muss ich einmal speichern und dass ich dann schlafen kann? Einmal ausprobieren eben. Ja, das muss ich alles testen. Ne, ist nicht der Fall. Ne, ich hab gedacht, ich kann schön schlafen hier, aber auch nicht der Fall. Ja, meinst du, ich lauf jetzt nochmal zurück in der Insel jetzt hier, wa? Im Dunkeln. Nein. Ne. 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 geht nicht auf sehr gut nee das wird nichts was habe ich für einen Rucksack Münzen Medizin ok ja spielt aber nicht ab entweder fehlt die Batterie oder ich weiß es nicht so es wird hell es wird wieder hell die Sonne geht auf sehr gut ich Okay. Einfaches Feuer. Hier habe ich 41 Blätter. Okay, dann brennt es mehr, okay. Habe ich denn nichts anderes? Oh Gott, jetzt will ich mein eigenes Feuer erschlagen. Das auch noch. Na ja, Feuer ist tot. Sehr schön. Okay. Ich kann keine Stücke mehr tragen. Schauen wir mal, wie ich ein großes Feuer machen kann. Lagerfeuer mache ich mal. Das mache ich hier. Holz habe ich da. Steine fehlen mir noch zwei Stück. So, da habe ich Batterien gesammelt. Sehr schön. Ach, hier gehe ich da alles mal rum. Und der Hai bringt mir kein Essen mehr. Und doch. Was ist das? Meine Gott, Hai Kopf oder was? Oh Mann. Oh, noch einen Stein. Einer haben wir noch. Oh Gott, jetzt regnet es auch zum ersten Mal hier. Ach, du wirst. Oh Gott. Daher gelingt mir kein Stein zu sammeln. Ach, da kann ich also weiter. Was haben wir denn noch? Geld, ok. Machen wir jetzt den Kopf hier. Die Schildkröte wollte ich jetzt nicht töten. Nein. Und dann... Habe ich denn irgendwas gebraten? Ich habe nichts, kein Fleisch, gar nichts. Alkohol habe ich hier noch oder was? Mein Gott. Ja, so richtig tief traue ich mich noch nicht in den Wald. Ich habe keine Lust auf die Eigeborene. Ich muss erst mal wissen, was da passiert. Hier esse ich erst mal ein paar blaue... Ein paar blaue Bären. Ach, da ist jetzt einer noch! Ja, ja. Du kommst mir genau richtig. Nein, du willst mich nicht platt machen. Ne, 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 ne. Du kleine Ratte. Na komm. Na komm. Ich hab's kalt gemacht, ey. Da ist noch einer. Ja, das werden ja noch mehr. Boah, ich hab mich ja fast tot gemacht hier, ey. Okay. Ich muss mich erst mal zum Schiff retten hier. Gut, dass die nicht schwimmen können, diese kleinen Tierchen. so, jetzt muss ich erst mal was essen. So, und meine Gesundheit, muss ich gucken. So, nein, 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 nein so was hat die ausgemacht 18 ach du großer gott nur 22 leben ich habe schmerzen das auch noch man ich habe schmerzen das ist natürlich nicht toll ach so das baut sich auf und so baut sich meine gesundheit wieder auf sehr gut sehr schön ja jetzt muss ich erst mal wieder feiern muss ich erst mal wieder jetzt beenden deswegen immer ist man feiern ich speicher mal ab danke fürs zuschauen